Wir sehen uns ein sehr schweres Spiel hier in der ganze Zeit. Wir sehen uns ein Team aus Belgien und ein Team aus Dänemark. Und in der Ende der Dänemark war der Winner. Ich möchte mich auf den Präsidenten der Belgien-Team willkommen willkommen. Was ist der Name der Team? Guten Tag, Hasi Schoten. Willkommen in Prag. Wie lief es hier? Prag ist eine fantastische Stadt. Wir kommen aus Schot, die nahe zu Antwerpen. Es ist eine sehr komparabliche Stadt, eine Atmosphäre und eine Ambulanz. Es ist schön, 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 schön. Ich habe hier 10 Teams gehört. Wir haben 10 Teams. Wir sind ein ziemlich großer Club in Belgien. Wir haben 10 Teams und wir investieren viel in die Jugend. Wir haben viele Mädchen- und Mädchen-Teams. Wir machen sehr gut. Ich muss mich aufhören, weil wir drei mehr Teams spielen. Einer in Schlitzchen und einer in den verschiedenen Kategorien. Wir machen sehr gut. Wir sind sehr glücklich. Wir haben sehr glatt. Wir haben conference hybrid. Wir gehen gleich. Ich hoffe, dass du nächstes Jahr kommst und wir sehen, dass du deine Team hier kommt. Wir haben bereits unsere Ticket vorbereitet. Das war der Präsidenten der Belgian Team HC Schotten. Bis zum nächsten Mal.